Liebe Freunde und Förderer unseres Radios, wie kaum eine andere religiöse Praxis ist das Fasten im Alten und Neuen Testament dokumentiert. Es begleitet den Menschen wie selbstverständlich, wenn sie eine Konkordanz einmal aufschlagen in der Bibel, werden sie erstaunt sein, an wie vielen Stellen das Fasten empfohlen wird und praktiziert wird, besonders in prekären Situationen der Bedrohung. Christus selber hat ja auch in der Wüste gefastet und uns ein Beispiel gegeben. All das hat mich aber und viele andere nicht bewegt, die Fastenpraxis aufzugreifen, ausgenommen die beiden Tage, auch schon Mittwoch und Karfreitag, aber das ist nur ein ganz kleines Segment, sehr wenig. Auch meine grundsätzliche Offenheit für die Botschaft um den Motto Gottes von Medjugorje hat daran nichts geändert. Das ist ja einer der fünf Zentralpunkte, das Fasten neben dem täglichen Bibellesen, dem Rosenkranzgebet, der Beichte und der Mitfeier der Eucharistie. Eine Änderung ist erst dann eingetreten, als die Pandemie gar nicht mehr gehen wollte. Deshalb habe ich bei der Weltfamilie insistiert, dass wir das Potenzial von über 80 Nationen jetzt aktivieren, die bei der Weltfamilie mit dabei sind. Und durch dieses Instrument die Zuhörer auffordern zu Gebet und zu fasten. Das Fasten habe besonders ich dann eingefordert. Und ja, ich kann ja dann schlecht andere auffordern, es zu tun, wenn ich es selber nicht mache. Also habe ich an der Nase gefasst und wieder angefangen, zumindest einmal am Monat, dann hat es Jesu Freitagen bei Wasser und Brot zu fasten. Jetzt in der österlichen Bußzeit an jedem Freitag. Und ich habe festgestellt, ich bin an diesen Tagen nicht gestorben. Es hat auch meiner Gesundheit nicht geschadet. Im Gegenteil, am Tisch, meine Damen im Haus machen da mit, herrscht eine lockere Atmosphäre. Sie freuen sich, dass Sie nichts kochen müssen. Einfach nur Brot runterschneiden, Wasser auf den Tisch stellen. Das würde sogar ich noch schaffen, obwohl ich gar nicht kochen kann. Und mir fiel dann wieder mein Vater ein, der als 16-Jähriger noch im letzten Krieg mit dabei war und als alles zusammengebrochen ist, sich über 1000 Kilometer bettelnd durch Deutschland durchschlug. Wovon hast du gelebt? Ja, ich bin zu Bauern gegangen und habe um ein Brot gebeten. Erst eine Generation ist das her. Und wenn Sie dann selber so ein bisschen so ein, obwohl Sie Wasser trinken und Brot essen, so ein flaues Gefühl im Magen haben beim Fasten, dann können Sie sich vorstellen, wie es armen Menschen in vielen Ländern dieser Erde geht, die nicht genug haben zum Essen. Sie sind dann viel hilfsbereiter. Außerdem bringt das Fasten eine gewisse innere Offenheit, eine innere Wachheit mit sich. Ich meine, es ist offener, aufnahmefähiger für, sage ich ganz allgemein, für Geistliches. Also es sind schon starke Gründe, die für das Fasten sprechen, warum man es aufgreifen sollte. Und ich würde mir wünschen, dass jetzt in diesen prekären Zeiten, die wir alle miteinander durchleben, es wieder neu ins Gedächtnis, in Erinnerung kommt und wir auch die Kraft und den Mut haben, es umzusetzen. Dazu segne ich Sie, dein mächtiger und gütiger Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Einmal habe ich so daneben geschaut, ja. Einmal hatten Sie. Ich hätte nur einen Satz noch aufnehmen können. Aber wenn Sie jetzt noch schauen, ob Sie es noch einbauen können. Geht es noch? Ich gehe noch links noch mal. Ja. Außerdem verleiht das Fasten eine mentale Stärke. Es hat ja durchaus etwas mit Selbstverleugnung zu tun. Sie können sich endlos verlieren in den Angeboten der Social Media, Twittern, bei Facebook unterwegs sein, googeln oder im Fernsehen mit Digitalradio und Digitalfernsehen werden Sie gerade so erschlagen von den Angeboten. Es braucht eine mentale Kraft der Selbstbeherrschung, nur das auszusuchen, was einem gut tut und was hilfreich ist. Das Fasten hilft auf diesem Gebiet sehr, auch in Erfahrung. Vielen Dank. Vielen Dank.